Jo, und Damen und Herren, jetzt kommt es zur allerersten Folge von Let's Play Rocket League auf diesem Kanal mit mir, eurem Saver. Als kleine Info, bevor das Projekt so gesehen richtig startet, ähm, ja, ich bin Bronx E3, glaube ich, irgendwie sowas war das. Bronx E3, glaube ich, war das. Eingemankt worden, hab kurz die Einranked Games selber gespielt. Und, ähm, ja, wie ihr seht, ich bin halt ein Overnope. Schöner Bronzescrub, wie es sich halt gehört. Alter, fuck, doch hier kein Abmahn. Äh, der ist sich halt Bronzescrub, die einfach die ganze Zeit nur einen wegkicken, ja. Easy Game? So, Alter. Äh, was träumst du denn nachts? Oh, bro, okay. Oh, bro, ich bin komplett inkompetent, Mann. Okay, gut, das wäre jetzt ein bisschen reingeschissen. Aber nur ein bisschen. Äh, fuck mal. Äh, das war kacke. Ich muss mir bei diesen, bei den Noobs hier, ähm, keine Sorge machen, dass die hier irgendwelche kranken Dribbling machen auf dem Boden. Geschweige von der Luft, also in der Luft, weshalb ich da eigentlich auch sehr aggressiv immer drauf gehen kann. So, ja, aber der wird, der wird ihn mitmitte spielen. Ja, okay, vielleicht auch nicht. Dann eben so, gar kein Problem. Weil ich meine, die sind hier halt auch echt. Ich meine, ich bin ja fucking Bronze Elo, Alter. Also, wenn ich hier verlieren würde, das, das wäre jetzt schon ganz schön traurig, so, deswegen. Oh, nein! Oh, mein Gott, die Gegner sind doch auch genau so kacke. Oh, zum Glück. Oh, gut, dass der Gegner genau so schallt. Oh, mein Gott, Alter. Ich meine, genau das meine ich so. Äh, ich meine, ich kann gegen solche Leute nicht verlieren. Das wäre too sad, einfach nur. Habt ihr, habt ihr that Parade gesehen, Alter? Die war, die war schon godlike. Die war echt schon godlike, Alter, muss man schon sagen. Oh, warum springe ich da? Oh, das hätte jetzt auch noch ein Tor werden können, wenn ich nicht so ein Kompetenz wäre. Ja, gut. Würde ich sagen? Easy game. Ja, wart, wart, spart du was, klar doch. Das war jetzt a little bit tweezy von mir. Ähm, oh mein, oh mein Gott, sowas von anziehen. Oh no, 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 no. Oh, 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 oh. Soll ich jetzt nicht allzuschne... Oh mein Gott! Oh mein, oh mein fucking Gott. Ah, du scheiße. Oh mein Gott! Ich wollte dem Gegner nur eine Chance geben. Oh, no! Alter, ich bin halt so kacke. Hätte mich einfach ganz normal umdrehen sollen. Und nicht so eine scheiß Rückwärtskacke abziehen sollen. Wenn ich das verliere, Alter, das wäre schon... Nee, das würde ich nicht sein. Das darf ich echt nicht verlieren. Get to know. Das darf ich echt nicht verlieren. No, du Schwanzlutscher, Alter. Da habe ich richtig auseinanderge... Easy game. Das war genau so geplant. Komplette Grutze, Alter. Oh, ah, nee, warte mal, nein. Uh, der, aber, warte, der geht rein. Ah, Ansage! Wenn ich etwas ansage, geht er auch rein. Oh, scheiße. Oh, 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 fuck. Ey, hör doch auf mit dieser Rückwärtskacke. Alter, ich bin, ich bin echt dumm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ey, du, pisser. Nee, nee, ohne mich Puh, jetzt auf ganz Nummer sicher gehen Fuck you, man Ja, Junge Das gucken wir uns jetzt einfach wegen diesem Kommentar Gucken wir uns jetzt noch einmal an Das war so Krass Präzision vom Feinsten Okay, ich dachte, der ist nicht losgefahren So, jetzt echt War knapp Da geht nicht ein War halt viel zu hoch Fuck Fuck Oh mein Gott, zum Glück ist der so kacke Boah, nicht mit mir, Alter Easy Game Sollen wir mal sagen Alter, gar kein Problem Ich hab ihm am Anfang so ein bisschen ein paar Punkte geschenkt Weißt du, aber Pst Er hat mal Er hat ja keine Schnürde gegen mich, der Junge So, neue Runde, neues Glück Würde ich mal sagen Äh, gegen wen spielen wir denn jetzt? Äh, eine Legende Ja gut Und eine Legende ist erstmal afk Das tut mir jetzt leid, das Tor Aber Leute, man ist im Ranked Im Ranked muss man halt leider alles ausnutzen Das ist halt, es ist halt wie in Leech of Legends Äh, wenn da jemand afk steht, dann killst du dem Im Normal jetzt vielleicht nicht Außer du bist halt so ein tryharder im Normal Aber im Ranked, da killt man auch Leute, die afk sind Ja, von was träumst du eigentlich nachts? Gut, das war jetzt scheiße Das war jetzt minimal reingeschissen Da muss ich mir angewöhnen, nochmal wieder zu jumpen während ich starte Das mach ich irgendwie gar nicht mehr Seitdem ich wieder im Rocket League angefangen habe Ja gut, ne? Ähm, da würde ich mir auch mal sagen Easy Würde ich auch mal leider behaupten Das war easy War a little bit too easy for me, so Aber, ja gut, was soll man tun? Äh, ich frage mich auch, was der jetzt ist Also das könnte ein Silberspieler sein, so Also gut, ich kann jetzt auch nicht wirklich viel sagen, aber Wenn der sagt, dass der Silber ist Dann würde ich mir das mehr glauben als einem anderen Typen Ich mein, ein Kumpel von mir, der war auch Silber Nachdem er vom Platin 3 runtergesmurft ist Damit er mit mir zusammenzocken konnte damals noch Der war auch Silber Aber gut, ne? Oh, dankeschön Du hast mir da minimal den Arsch gerettet Oh, das kann ich jetzt haben Oh, das kann ich mal Oh, fuck. Oh, das kann nicht wahr sein, Mann. Oh, das kann nicht wahr sein. Ja, gut, ne, das war jetzt auch minimal. Ich war ja gerade komplett vercheckt. Ah, shit, ich hab keinen Bus. Ja, gut, ne? Man musste halt die einfachen Tore nehmen. Das kann nicht wahr sein. Oh, mein Gott. Alter. Oh, mein Gott, Alter. Das war so schön von mir gespielt. Oh, das war das eigentlich, das war echt, das war, ja. Ey, das Eigenlob und sowas stinkt, ne, aber das war leider echt. Ja, das heißt, leider, das war aber. Das war halt aber leider gut gespielt von mir. Und dass ich dann, dass ich dann aber so reinscheiße. Und dass der Gegner, der so halt gelackert, dass ich dann wieder 10 Jahre auf dem Rücken liege. Wie so eine Shuttle. Och, nö. Ich hab, ich hab auch einfach keinen Lack in dem Game. Ich bin komplett scheiße. Alter. Dass der da gewonnen hat, ist so lächerlich, ne? Das ist einfach nur lächerlich gewesen. Ja, gut. Ich hoffe trotzdem, dass euch die kleine erste Folge von Rocket League gefallen hat. Ich werde auf jeden Fall auch ein bisschen offline zocken, weil ich muss auf jeden Fall ein bisschen besser werden. Aber ja, wenn ihr weitere Folgen von Rockflik sehen wollt, dann lasst auch einen Daumen oben. Ich würde mich sehr gerne freuen über Feedback im Sinne von Kommentaren. Und wenn ihr irgendwelche Tipps habt für mich, wie ich mich verbessern kann in Rockflik, auf jeden Fall in die Kommentare damit, weil ihr seht ja, wie scheiße ich einfach bin. Ja gut, ich hoffe euch hat die erste Folge gefallen. Bis dann, haut rein. Tschö. Outro